Ich bin gefahren, meine Ampel war aus, die war komplett aus. Ich habe ein Vorfall schild, ich habe gleich geschaut, da kam niemand. Dann bin ich normal gefahren. 2014 für den VU Bismarckplatz. Wir werden von der Leitstelle zu einem Verkehrsunfall am Bismarckplatz geschickt. Zu diesem Zeitpunkt ist auch nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Bei der Rettung hat er was. Die Feuerwehr steht dort. Da sind die Ampeln ausgemacht. Vor Ort ist der erste Eindruck, dass vielleicht doch jemand verletzt ist, weil ja schon eine gewisse Energie auf diese Fahrzeuge eingewirkt hat und die ja schon mehr kaputt sind, als in der ursprünglichen Einsatzmeldung eigentlich erwartet wurde von uns. Also die Situation ist sehr unübersichtlich, es sind viele Leute vor Ort. Hallo. Hallo. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen auf dem Rückweg vom Einsatz und habe es halt gesehen und ich habe mal Absicherungsmaß gemacht. Zu dem Zeitpunkt war die Ampel vorher ja schon mal ausgefallen. Deswegen hatten wir ja wohl auch schon die Ampel... Nein. Nein. Die Ampelanlage war nicht raus. Sie waren nicht da. Ich war hier. Ich bin auch nicht da. Warten Sie mal ein bisschen dran sind, Sie dürfen gleich was erzählen. An der Unfallstelle treffen wir unter anderem einen Mitarbeiter, der uns mitgeteilt hat, dass die Ampel vermutlich ausgeschaltet war, der Taxifahrer. Er hat da immer wieder dazwischen reingeredet und gemeint, seine Ampel war auf grün, deswegen sei er nach links abgeboten. Wer gehört denn zu welchem Fahrzeug? Ich bin der Taxifahrer. Okay. Ist jemand verletzt? Nein. Kein. Mein Fahrgast klagt über leichte Schmerzen. Hier habe ich dann den zufällig vorbeikommenden Krankenwagen angehalten und darum gebeten, dass man sich den Fahrgast mal ansieht. Denn so ein HWS-Trauma, das da vermutlich im Raum steht, das kann durchaus auch zu spät Folgen führen. Ja, ich sage gerade der Leitstelle Bescheid. Super, danke dir. Der Rettungsdienst kümmert sich gleich um Sie. Okay. Kann zumindest mal gucken. Was sagen Sie zum Unfallgeschehen? Ich habe leider nicht mitbekommen, ob die Ampel grün wird. Okay. Ja, von hinten drin wird man es wahrscheinlich eh schlecht mitkriegen. Zunächst stellt sich die Situation so dar, dass der Taxifahrer nach links abgebogen ist und den durchfließenden Verkehr nicht hat durchfahren lassen. Der Taxifahrer gibt an, dass die Ampel für ihn auf grün gestanden hat. Als wir vor Ort eingetroffen sind, ist die Ampel allerdings ausgeschaltet. Wir waren bei dem Unfall dabei. Also wir standen gerade hier. Also wir standen an der Ampel. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob die noch irgendwas von uns brauchen. Ganz gerne die Personalien tatsächlich, ja. Haben Sie was wahrgenommen vom Unfall her? Wir standen direkt hier an der Ampel. Genau. Wir standen 10 Meter entfernt. Und die Ampel war die an? Aus. Also wir hatten ja geschaut, wir wollten gerade rüber gehen und es war aus. Und dann kam das Auto und dann haben wir gesagt, wir warten kurz. Und dann haben wir auf einmal gesehen, es hat gebracht. Ja, aus. Wenn die Ampel ausfällt, gilt das Verkehrszeichen, dass er an den Ampelmasten angebracht ist. Ein Linksabbieger, der hat egal wo, immer den durchfließenden Verkehr durchfahren zu lassen. Die Kreuzung ist recht übersichtlich, sodass der Taxifahrer hätte eigentlich sehen müssen, dass da ein anderes Fahrzeug kommt, das er durchfahren lassen muss. Alles okay bei Ihnen? Ja, alles gut. Das ist gerade mein erster Unfall. Mal tief durchatmen. Wer ist denn Halter von dem Fahrzeug? Ihre Mutter rief noch? Meine Schwester. Ich habe mich versichert. Ja, darum geht es mir jetzt gar nicht. Schildern mal bitte den Unfallhergang aus Ihrer Sicht. Ich bin gefahren. Meine Ampel war aus. Die war komplett aus. Ich habe ein Vorfahrtsschild. Ich habe gleich geschaut. Da kam niemand. Dann bin ich normal gefahren. Dann bin ich normal gefahren. Ja. Haben Sie aber gesehen, woher der andere kam? Oder konnten Sie das jetzt nicht wahrnehmen? Nee, ich habe den nur dann von hier so gesehen. Also ich weiß, also ich kann, es wird mir gerade leichter. Alles gut. Jetzt nochmal die Frage, Ihnen geht es gut soweit? Nur so ein bisschen unter Schock, keine Schmerzen oder sowas? Das ist mein erster Unfall. Ich weiß nicht. Ja. Für mich ist es in dem Fall sehr wichtig, Empathie zu zeigen, weil Kat Weiß eine sehr junge Fahrerin ist, vielleicht auch eine Fahranfängerin und noch nie einen Unfall hatte. Es ist für mich persönlich wichtig, sie erstmal abzuholen, ein bisschen zu beruhigen, weil sie schon sehr, sehr emotional da betroffen war. Schauen. Mal gucken, der andere Fahrgastal verletzt. Ja. Das ist meine Schuld. Nein, das ist nicht. Das ist wirklich nicht. Also Sie können da nichts dafür. Ihre Ampel war aus, Sie haben Vorfahrt, hatten sie immer tief durch, machen sich nicht so große Gedanken. Erstmal sieht es so aus, als ob sie keine Schuld trifft. Okay? Ich werde also ein Ampel-Phasen-Diagramm beantragen von der Stadt. Da kann man halt sehen, welche Ampel war aus, welche Ampel war an. Und dann kam alles im Nachhinein noch. Ich habe auch gesehen, dass meine Ampel aussieht. Ich weiß, genau. Das war ja schon mal gut, dass die drei Zeugen sich da gemeldet haben. Vor Ort können wir die Schuldfrage nicht klären, weil die Schuldfrage letzten Endes vor Gericht geklärt wird. Wir können nur sagen, derjenige ist unfallverantwortlich oder auch nicht. Und in dem Fall ist es so gewesen, dass ich der Fahrerin eigentlich keinen Vorwurf machen konnte. Die Autos sind ein bisschen mehr wie ich geschockt, bin wir auch nicht. Ja, vielleicht können wir den mal gucken, ob der vielleicht zurückrollt. Dann könnte ich nämlich auch gucken, ob mein Fahrzeug noch geht. Ja, das können wir probieren. Ja. Ja, geht doch eigentlich. Geht's? Ja, ja. Echt? Ja, vielleicht die Stoßstange noch weg. Reicht schon. Auch wenn es jetzt Nacht ist, macht man die Straße wieder frei, zumal wir uns ja auch noch auf den Straßenbahnschienen befunden haben. Das eine Fahrzeug konnte ja auch noch zumindest die paar Meter rollen, um den Kreuzungsbereich frei zu machen. Abschleppdienste waren eigenständig schon verständigt, sodass wir damit dann keine Arbeit mehr haben. Gut, haben Sie noch Fragen? Erstmal tief durchatmen. Wieder ein bisschen runterkommen. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Das halbste will. Ist noch ein Sachschlag. Ja, alles klar, erschreckt man mal. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Verkehrsunfälle passieren immer wieder. Es gibt dann immer wieder Unfallbeteiligte, die aufgelöst sind. Das kann man auch durchaus nachvollziehen. Einen Unfall hat man ja auch Gott sei Dank nicht jeden Tag. Und am Schluss, glaube ich, waren alle zufrieden und wieder etwas beruhigter. Das ist ja blöd, wenn die Ampel aus ist. Mhm. Ihr wollt noch mehr spannende Fälle der Nachtstreife sehen? Dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Oder ihr wollt alle Folgen sehen? Dann klickt einfach in die ARD Mediathek. Das war's mal Coronasamen. Das war's model, wie é das auch genau hier. Wo bin ich die AWE. OhneTA ketzt. sair demasiado aufável. Das war's gleich wieder.